Ist Kelsey Parker wieder verliebt? Acht Monate ist es her, dass ihr Mann Tom Parker stirbt. Die Witwe des Sängers leidet in der darauffolgenden Zeit sehr unter dem Verlust. Nun hat sie aber wohl einen neuen Mann an ihrer Seite, den Elektriker Sean Boggins. Die beiden sind sogar gemeinsam auf der Hochzeit eines Bekannten, wo ein aufmerksamer Gast sie beobachtet. Es ist noch zu früh und sie hat viel zu tun, aber er hat sie so sehr unterstützt. Sie haben sich geküsst und sahen verliebt aus. Kennengelernt haben sie sich wohl ebenfalls bei einer Hochzeit in Portugal. Aber Sean hat eine Vorgeschichte. Er wird 2013 zu vier Jahren Haft wegen Totschlag verurteilt. Kelsey selber äußert sich bisher nicht zu den Gerüchten rund um ihr Liebesleben.